So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge C2DM OnDent. Ich möchte das Video damit beginnen, dass ich erstmal deutlich möchte, wie scheiße dieses Spiel momentan für mich ist und nicht, dass ich da keinen Nerv zu habe und dass ich das euch zuliebe jetzt mal fertig mache. Und der liebe Roxas LP! Dankeschön! Du hast mir nicht weitergeholfen. Identifizieren Sie das Opfer! Man kann nämlich, wenn man im genau richtigen Winkel steht, man darf nicht zu nah und nicht zu weit weg sein. Man muss hier stehen, kann man die Kamera anmachen. Weiß nicht mehr, wie weit ich ran musste. Klack! So! Klippons. 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 ist bis jetzt. Taxpayers würden nicht gerne benutzen, wenn du auf der Anwendung bist. Ferrell, hör auf mich. Geh mit Rosa. Wir sind so nah, um den Mann zu holen. Ich weiß nicht, was du schmuck, du schmuck bist, aber stopt es. Jetzt. Komm in die Büro. Geh dich auf, und wir sprechen. Es gibt Dinge, die wir uns diskutieren. Ich kann es nicht, Ferrell. Dann spiel es dir, aber wir finden dich. Es ist so, wie du selbst bist, Thomas. Was? Tja. Was nun? Karl? Karl? Ich sehe nichts. Komm, Herr Torturer. Wollt ihr wissen, was es so fühlt? Wir sind nicht halbiert. Karl? Du kennst, wie es endet. Du kennst, wie es endet. Wir sind nicht halbiert. Du kennst, wie es endet. Ich wurde auf diese Erde, um dich zur Justiz zu bringen. M! Dein Geist ist in meinen Händen. Was? Was geht denn mit ihm ab? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Du hast gewonnen. Warte für's. Warte für's. Warte für's. Jetzt vielleicht wissen Sie, was du anderen durchfusst. Es macht dich noch mehr pathetisch, dass du nicht genug genug bist, um dich zu töten. Jetzt muss ich den Job machen und es richtig sehen. So schuldig. Jetzt! Du sollte nicht hier kommen. Äh. Kannst du sehen, was ich versuchen zu tun? Ich bin jetzt ernsthaft auf der Jagdmarin, oder was? Geil. Okay. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst nicht gewinnen. Wo ist er lang? Äh. Geht Tutu jetzt auf? Nein. Wo ist er hin? Hi. Hey. Haha. Spasti, wo willst du hin? Nehmen wir noch eine Runde. Ole, ole. Oh, Spastenkind. Oh, Mann. Ey, ich hasse sowas. Was? Das ist doch langweilig. Der ist doch gar nicht hart. Torturer. Serikiller X. Lern kämpfen. Bleib stehen. I've got a present for ya. I've got a present for ya. Ich weiß, der besiegt mich. Ich hab zu wenig Leben, aber... Ich speicher das mal. Und ich hatte auch Schnellspeicher, ne? Er fünfer ist gut. Mr. Serienmörder. Mr. Serienmörder. Oh, my holy goodness. Wir rennen im Kreis. Das einzige, wo ich Bedenken habe, ist, dass er mich einholen könnte. Das wäre nicht so geil. Oh, das hat mich grad verjagt. Da hab ich mich grad erschreckt. Jo. Ja, ist klar. Ich wette, danach kommt noch was irgendwie mit... ...dem Torturer. Oh. Ich wette auch, dass er getriggert ist. Dass man nicht einfach so kaputt prängeln muss, sondern... ...dass da irgendwie so die dicke Action erstmal kommt. Mit Aktion drücken sie jetzt. Hmhmhm. Oh, ich krieg Frame-Einbrüche. Endlich wieder. Das wurde aber auch Zeit. Hat mich schon gewundert, wo die bleiben. Ach, Torchu. Ja, ist klar. Du hast wieder Reichweite von... ...von zwei Kilometern. Ja. Er hat wieder die Reichweite von... ...von zwei Kilometern. Er hat wieder die Reichweite von 50 Kilometern mit seinem Schuhhaken. Hm. Hm. Klar. Er kann mich mal. Er kann mich mal. Und stellt er sich dem Kampf eigentlich nicht wie ein Mann? Immer muss er sich verstecken. Hallo, Torti. Äh. Irgendwie war mir das klar. Äh. Irgendwie war mir das klar. Leland. Nephew. Please listen to me. I am here to help. You are not yourself. You are not in your right mind. Let me help you. I know of what I speak. I... ...I... Ah. Ich hab's verstanden. 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 Vielleicht wäre es besser, wenn du... ...lösen... 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 Was zur Hölle? Wo muss ich denn lang? Kann ich da wenigstens durchspringen? Ah, okay. So. Ich bin gespannt, was da jetzt, äh... ...kommen mag. Ich denke, da kommt dieser Kampf mit diesem schwingenden Psycho-Ich. Weil ich glaube, das ist ne... ...das ist, äh... ...ne Vorstellung, der ich erlegen bin. Du hast immer zu uns gehört, Ethan. Du hast immer zu uns gehört, Ethan. Sagen sie. So. Da oben ist er. War mir klar. Krieg ich wenigstens ne Strohflinte, oder...? Wie ist das? Ne, wird mir nicht zugestanden. Strohflinten sind für Pussys, oder was? Dam, dadadam, dadadam... ...dadadam... ...dam, dadadam... ...dam, dadadam... Ähm... Top, die Watte quält. Ich hoffe, dass jetzt nur... ...dieses Mysteriöse in einem selbst... ...was ich bekämpfen muss. Und nicht noch irgendwelche normalen Gegner! ...und nicht noch... Das ist wie so sich da, ihr könntest! ...und, ganz wichtig! Don muß, nicht selbst mit... ...und, nicht mu sitzen. Joch ihmss... ...den wird sie�심 verkündigt. Das ist ja es seltsam. Was geht denn mit dir? Was geht mit diesen Leuten ab? Torturer. Wo muss ich denn lang? Kann ich das Tor hier irgendwie aufmachen oder so? Hey, ho, Apfelbaum. Keine Ahnung. Mann! Apfelbaum. Hallo. Hallo. Objekt verschieben. Tote Vögel. Yummy, yummy. Steig auf den Traktor und renn einfach weg. Da ist der Nächste. Oh, das ist getriggert. Den kann ich vermutlich nicht einholen oder so. Oh nein. Nicht die. Bitte nicht. Jetzt muss ich das Tor... Ah, es ist getriggert. Danach geht die Lucy ab. Wette ich mit euch. Woher wusste ich das? Warum kann ich nicht mehr zurückklettern? Nein, nicht schütteln, nicht schütteln, nicht schütteln. Nur nicht schütteln, Jungs. Alter, stirb. Stirb, du scheiß Viech. Meine Fresse. Ich hasse diese Viecher. So, da kommen vermutlich noch mehr von. Da war ich nicht alleine. Ich habe keine Lust auf die. Und gerade wird mein ganzer Garten zerstört von irgendwelchen Typen. In real. Ist nicht mein Garten, sondern ein Garten von dem Wohnungskomplex. Aber trotzdem. Der war so schön grün. Warum holst du die Bäume ab? Ich hasse es. Jetzt kommen wieder Horden. Schwimmbecken reloaded, oder was kommt jetzt? Was steht da? Eva? Auf Eva hätte ich jetzt auch Bock. Oh, Eva. Hallo. Hallo. Was soll ich nun machen? Hier rüber, oder? Mann! Da hinten brennt Feuer. Muss ich hier irgendwo zurück? Gehen wir doch mal durch, wo wir lang können. Da kann ich auch lang. Gut. Gehen wir da lang. Sieht für mich auch intelligenter aus. Dam, da, da, dam, da, da, dam, da, dam. Ich will es zu Ende bringen. Ich will es zu Ende bringen. Ich will es zu Ende bringen. Das sieht doch mal nett aus. Wie viel Munition haben wir denn? Oh. Wo konnte ich denn hier gerade ein Frö... Oh ja, da, da, da. Aha. Lecker Fögel. Oh, du Spass, ey. Spass. Gut. Habe ich doch noch gut gelöst. Finde ich. Zwei so eine Willis bei kaum Lebenverlust. Abkürzen. Was auch immer das war. Ich bin gerade höchst angespannt, muss ich sagen. Ich habe eine Tür gehört. Bleibt schön liegen. Spaß. Mit mir fickt man nicht. Das hättet ihr gerne gehabt, aber das ist nicht so. Da, 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 da. Sollte mich das jetzt erschrecken. Ey, kommt, Leute. Ihr wart mal viel erschreckender. Es ist lange vorbei, dass mich sowas erschreckt. Ihr habt mich abgestumpft. Oh nein. Was soll ich nur tun? Lächerlich. Das macht mir jetzt schon Sorge. Warum gibt es hier so viele Medikits? Da ist er. Jetzt kommen wieder Horden von Krabbelviechern. Da kommt er. Da kommt er. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Hauen sie rein, hauen sie rein. Speichern. Speichern. Was? Ich habe ihn nicht wirklich getötet, oder? Ich habe ihn nicht wirklich gerade getötet, oder? Das kann doch nicht sein. Der hat sich nur weggeportet oder sowas. Die Musik ist richtig assig, ey. Ich hasse sowas. Und du? Kommt bestimmt noch härter. Er kommt bestimmt 20 Mal mit ganz vielen Schleichsiechern und Bäm. Und ich kenne das Spiel auch mittlerweile schon. Das will mich gar nicht mehr schocken, das will mich einfach nur noch nerven. Warum sind hier so viele Medi-Packs? There is no freaking sense. Ach da, der ist deswegen. Weil Willibald wieder denkt, dass er geil wäre. Oh, ich bin Willibald. Hallo. Ich will dich kuschen. Bleib liegen. Bleib verdammt nochmal liegen. So, da kommt der nächste. Ist auch ne Abreibung. Bleib liegen. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Bleib einfach liegen. Willst du sterben, dann stirb. Wie viel kassiert denn der, bitteschön? Was für ein Spastner, ey. Was für ein Spastner. War's das jetzt wenigstens mit den harten Gegnern? Oder müssen da jetzt noch mehr von diesen Bastarden kommen? Warum, Mann? Warum müssen es immer irgendwelche Farmen sein? Warum kann es nichts? Ein schönes, ausgeleuchtetes Haus sein. Nein, es muss immer ne verkackte Farm sein. Ich hasse es. Ich hasse es. Speicherpunkt. Okay, ich hab dich genau gesehen. Warum war mir das klar, dass da jetzt mehrere kommen? Es war so verdammt nochmal, klar. Ihr habt keine guten Ideen? Schön, dann kopiert einfach eure eigenen Einheiten nochmal. Kommt bestimmt gut. Kennen wir ja noch gar nicht aus dem Swimmingpool. Jetzt haben die Waffen. Ich bin im Yankee Town hier gelandet, ey. Rednecks. Ihr scheiß Rednecks. Wo sind die Rednecks? Nein, die spare ich mir auf. Warum habe ich eigentlich keinen Taser? Denn hat sich das mit dem Ausspannen gerade erledigt? Call of Duty! Oh, 10 Schuss. Yo. Das speicher ich. Dann gehe ich zurück und hole mir ein verkacktes Midi-Pack. Warum habe ich keinen Taser? Unfäre Kacke. Kann man wenigstens hier abkürzen? Nein, kann man natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja bloß toll. Und tut mir leid, wenn das nicht gruselig ist und wenn das nicht, oh mein Gott, fucking shit, sondern einfach nur nach Nerv töten ist. Aber dafür kann ich nichts. Das ist das Spiel, was so unglaublich abgebaut hat. Und ich spiele es übrigens immer noch auf Schwer. Ich halte es zwischenzeitlich mal auf Normal. Da, 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 da. Sind wir hier eigentlich bei Call of Duty oder wie ist das? Ich meine, seit wann kriegt man denn hier regelmäßig Schusswaffen? Das ist bei Contempt nie gewesen. Das war auch gut so. Aber nein, da würden wir schon mich erschrecken können, dann machen wir einfach mal eine Ballerszenerie. Das kommt immer gut, ne? Wenn man nichts mehr im Kopf hat, was man noch machen könnte. Manchmal könnte ich die Entwickler echt kaputt prängeln, dass sie so ideenlos sind gegen Ende. Ich meine, der wievielte Part wird das jetzt hier sein? 22? Und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, mache ich jetzt einen Schnitt und wünsche euch was. Euer Lenny ist over and out.